Hi Leute, hier ist wieder euer Schwulien und auf jeden Fall Leute, bevor wir das Video anfangen, wollte ich euch noch was sagen, das Video fährt, das wird einfach toll Leute. Wenn ich dieses Bild schon sehe, es erinnert mich an der guten alten Zeit, wo ich noch Fladen bekommen habe, von indischen Fladen, von jemand aus meiner Klasse. Aber, nee, die Zeit ist vorbei, egal, wir fragen den Cleverbot, wie findet er Fladen, oh mein Gott, okay Cleverbot, lass mich jetzt nicht in den Stich, oh mein Gott. Ich möchte jetzt eine Antwort, Cleverbot. Der Cleverbot, der Antwort ist toll. Kann, nie wirklich geschaut, bis, kann, nie wirklich geschaut, auf jeden Fall schon mal bestdeutsch am Start, bist du ein Fan. Okay, magst du Fladen, zum hundertsten Mal. Wie man, was magst du mal. Okay. Okay, wie es aussieht, meh, meh, er mag Fladen nicht. Ja, my crow. Oh mein Gott. Ja, meh, auf jeden Fall, Cleverbot kennt kein Indien und kein Fladen. Okay, Cleverbot. Cleverbot, wir sehen uns wieder. Dieser Fladen, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen.